Hallo und willkommen zum Video. Ich habe heute ein 3 in 1 für euch, 2 in 1. Wie man es sehen möchte, ich habe nämlich ein Currently Reading, eine aktualisierte Leseliste für den Herbst und Neuzugänge für euch. Ich hatte Neuzugänge und meine Leseliste für den Herbst ja schon abgedreht gehabt. Ich verlinke euch beide Videos gerne unten in der Infobox, dann könnt ihr da vorbeischauen. Und ja, ich muss dazu sagen, alle Bücher, die ich euch jetzt zeige, sind quasi auch Neuzugänge, weil ich meine, sie nicht in den Neuzugängen gezeigt oder erwähnt zu haben. Es sind eher spontanere Dinge gewesen, beziehungsweise es ist einfach erst hinterher zu diesen Büchern gekommen. Ich fange mit einem Buch an. Achso, alle 3 dieser Bücher lese ich auch übrigens gerade aktuell. Also es sind 3 Neuzugänge und 3 Currently Readings in einem. Ich fange an mit Azur, die Weiße Königin von Bernhard Henn. Es ist eigentlich kein Currently Reading, ich habe es nämlich vor einer halben Stunde beendet. Und versuche jetzt nicht so viel dazu zu sagen, weil ich heute noch vorhabe, die Rezension dazu zu drehen. Und ich möchte auch einen Booktalk zu diesem Buch machen. Jedenfalls ist dieses Buch neu bei mir eingezogen. Es kam nach der letzten Neuzugänge-Ausgabe und zwar als Rezensionsexemplar. Und hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, weil mein Kanal ja gar nicht so populär ist, dass ich eine Zusage bekomme. Ich habe dann aber eine Zusage bekommen und dieses Buch kam ungefähr eine Woche nach Erscheinen bei mir an. Ich habe es auch direkt angefangen und zwar mit Glacey Naylor. Ich verlinke euch ihren Kanal auch unten in der Infobox. Sie ist glaube ich aktuell noch nicht durch, aber wir tauschen uns trotzdem immer über den Inhalt aus. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, es mit ihr gemeinsam zu lesen. Ich habe jetzt aktuell zwei Monate für dieses Buch gebraucht. Zweieinhalb Wochen, fast, nee sogar drei Wochen, deswegen habe ich unterbrochen. Weil ich in Amerika war für zwölf Tage und danach meine Familie eine Woche besucht habe. Ich kam also eigentlich gar nicht zum Lesen. Und ich hatte dieses Buch auch nicht mit in Amerika. Deswegen habe ich so lange daran gelesen. Ich weiß nicht, ob ich ohne Amerika viel schneller durch gewesen wäre, denn ich hatte vor Amerika das erste Drittel gelesen gehabt. Und jetzt nach Amerika, beziehungsweise innerhalb der letzten anderthalb Wochen, eine Woche, habe ich die letzten zwei Drittel gelesen. Also das ging super schnell. Und ich werde auf jeden Fall eine Rezension zu diesem Buch drehen. Aber zunächst einmal zu der Welt, beziehungsweise generell zur Aufmachung des Buches. Zum ersten Teil, weil ich hier nicht spoilern will, das ist wie gesagt der zweite Band. Der erste Teil ist blau und heißt Azur, der Verfluchte. Und es dreht sich um Milan hauptsächlich. Und Milan ist ein junger Erwachsener, der in einer fiktiven Welt, also in einer Fantasy-Welt, sage ich mal, lebt. Und nach und nach, ja, magische Vorgänge in seiner Welt entdeckt. Mehr möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Das war super kurz und super knapp. Wenn ich da mehr zu sage, dann wird es zu ausschweifend. Ich verlinke euch einfach die Rezension und dann könnt ihr selber vorbeigucken. Ich fand das Buch allerdings unglaublich gut. Dann habe ich in Amerika gelesen. Und wahrscheinlich blende ich es euch ein, weil ich habe hier nur das Kindle. Ich lese eigentlich keine E-Books. Aber für Amerika habe ich mir gedacht, möchte ich mir ein E-Book kaufen? Ich wollte einfach kein dickes Buch mitnehmen. Ich wollte einfach nicht. Und ich wusste eh nicht, wie viel ich zum Lesen komme, weil Amerika auch viel Arbeit und viel Stress für mich war. Und ich habe dann hauptsächlich auf dem Flug gelesen, beziehungsweise auf beiden Flügen gelesen. Und auf dem Kindle habe ich eben gelesen, die neu überarbeitete Ausgabe von Schattenkult von Bernhard... Jennifer. Azur ist von Bernhard Henn. Ja, Azur. Aber Schattenkult ist von keinem geringeren als Robert Corvus. Robert Corvus hat dieses Buch selbst überarbeitet. Das ist früher im Pipa-Verlag erschienen, jetzt aber nicht mehr aufgelegt. Selbst bei Amazon nochmal veröffentlicht als E-Book. Das heißt, man bekommt es jetzt wieder als E-Book. Ich verlinke euch das Ganze unten. Und da bin ich eben bei 60%. Und es ist eine sehr düstere Welt, die jetzt, finde ich, gerade noch düsterer wird. Wir sind auch in einer fiktiven Welt unterwegs. Und wir begleiten abwechselnd verschiedene Perspektiven. Vorrangig von drei jungen Damen, von denen eine von ihnen es mir ganz besonders angetan hat. Aber wenn ich dieses Buch durchhabe, gibt es natürlich auch keine Rezension, wie eigentlich von jedem Buch. Wie gesagt, wir befinden uns in einer fiktiven Welt, genauer gesagt sogar an einem einzelnen Standort. Und ja, diese drei Mädchen finden langsam zueinander und planen oder wollen etwas nicht so Nettes durchziehen, um das mal freundlich zu formulieren. Ich bin unglaublich gespannt, was da noch auf mich zukommt. Ich habe etwas Düsteres erwartet und ich wurde bisher überhaupt nicht enttäuscht. Ich kann mir aber, ehrlich gesagt, überhaupt nicht vorstellen, in welche Richtung dieses Buch geht. Also gar keine Vermutung. Es ist super verschlossen für mich, super spannend, super interessant. Einerseits so greifbar und andererseits so schäbenhaft, dass ich überhaupt nicht weiß, wo das Buch mit mir hin will. Aber das macht es für mich noch spannender und deswegen gefällt mir Schattenkult im Moment sehr gut. Dann angefangen habe ich Silberband 143, Autobahn. Ja, Perry Roden. Dieses Buch hat mich ebenfalls als Rezensionsexemplar erreicht. Ich sage euch das auch ganz offen, weil ich kein Geheimnis daraus machen möchte, dass ich es als Rezensionsexemplar bekommen habe. Ich bin jetzt aber unglaublich gespannt, was hier passiert, weil mir ja die Olymp-Reihe so gut gefallen hat. Es hat mir unglaublich gut gefallen, zwischen den Welten umherzureisen und ja, im Weltall zu sein. Das hat mir unglaublich viel gebracht und ja, ich war so ein bisschen im Perry Roden-Fieber. Und hier in Band 143 beginnt eine, ja, ein neuer Zyklus, so nennt man das. Das heißt eine neue Großhandlung und ja, mit der möchte ich dann starten, beziehungsweise starte ich jetzt. Und ich bin noch nicht weit. Ich bin auf Seite 21, aber ich freue mich unglaublich auf diesem Band. Ja, das war es an Neuzugängen und gleichzeitig dem Currently Reading. Und was ich da zur Leseliste dann sagen kann, äh, ja. Dadurch, dass ich jetzt Schattenkult auf dem Kindle und der Perry Roden hinterher noch dazugesellt haben, kann es natürlich sein, dass ich tatsächlich mein Vorhaben bis Weihnachten gar nicht schaffe. Ja, also die Bücher, die ich euch gezeigt habe, die jetzt ja teilweise auch noch hier liegen, nämlich Himmelsturm und Blindwalk, die sind ja noch auf meiner Leseliste. Die Leselistenbücher liegen ja meistens hier. Ich weiß nicht, ob ich die beide noch schaffe, wenn ich Perry Roden und Schattenkult beenden möchte. Eins davon werde ich dann vielleicht auf jeden Fall noch anfangen. Ähm, ich weiß nicht, zu welchem es mich mehr hinzieht. Einerseits zieht es mich sehr, sehr, sehr zu Himmelsturm, weil es kalt in dem Buch ist. Wir haben ein kaltes Setting und ich fand den ersten Teil grandios. Allerdings weiß ich, dass dem noch viele Bände folgen und Blindwalk ist eben mein Einzelband. Und ich denke mir, wenn ich Blindwalk lese, dann habe ich es auch fertig gelesen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und ja, daher kann ich das noch nicht ganz entscheiden. Aber so viel sei gesagt zu Neuzugängen und meinem Lesevorhaben. Das war es soweit von mir. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.